Willkommen zurück zur neuen kleinen Folge Monster World, beziehungsweise zur neuen vier Folgen Monster World. Wir machen hier weiter. Und zwar, warum? Weil, ich möchte sozusagen das zweite Update, beziehungsweise den zweiten Teil etwas näher legen. Da es in Kürze, beziehungsweise in irgendeiner Zeit einen zweiten Teil geben soll. Er wurde vor ein paar Monaten angekündigt. Es gibt allerdings einige Schwierigkeiten mit dem Programmieren und alles. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Es gab einige Neuerungen. Und genau die werden wir heute spielen. Das wird wahrscheinlich 45 Minuten oder länger dauern, je nachdem, wie gut ich mich schlage. Es könnte nur 20 Minuten gehen. Aber ich werde auf jeden Fall so circa bei 10 Minuten mal sagen, bis gleich. Und dann teile ich die Folge in meinem Schnittprogramm in zwei verschiedene Folgen auf. Schneid sie praktisch auseinander. Und damit ihr kleinere Folgen habt und euch die besser aufteilen kann. Aufteilen könnt. Und vielleicht hört ihr mich jetzt anders als in den sonstigen Folgen. Denn Ich habe heute meine Kopfhörer nicht auf. Ich habe heute mal drauf verzichtet, die auch zu nehmen, weil ich mir dachte, da ist so ein unangenehmes Piepsen. Ich weiß noch nicht genau, woher es kommt. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich das irgendwie behoben kriege. Und darum nehme ich das heute ohne Kopfhörer auf. Und dann schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das jetzt besser findet oder nicht. Wir werden gleich die Elite machen. Keine Verzögerung, gleich in die Elite rein. Oh, äh. Status. Oh, okay. Wir müssen wirklich alles blocken, was wir können. Aber der nimmt auch so wenig Schaden. Also die Elite ist schwierig. Ähm, aber nicht unmöglich. Ui. Nicht gut. So, ich nehme die trotzdem einfach mal mit. Man weiß ja nie. Und was macht das jetzt? Oh. Oh. Unangenehm. Machen wir das. So und, und, und. Na komm. Zieh mir das durch. Ich meine, irgendwann muss er ja auch nochmal sterben. Irgendwann muss er doch auch nochmal sterben. So, weg. Ähm. Every four, fifteen. Okay. Gut. Ähm. Jetzt bekommen wir jede vierte Attacke. Eine Stärke. Also eine Stärke-Effekt. Und. Wir werden jetzt alles so wie sonst machen. Praktisch ein bisschen aufbauen. Ein bisschen. Nein, nee, das mache ich nicht. Das ist ein bisschen verbuggt. Oder wisst ihr was? Für die Aufnahme. Ja, komm. Ähm. Okay. Weil damals war dieser Memory Loss ein bisschen verbuggt. Banished. Oh. Oh. Nicht so gut. Ha. Okay. Ähm. Das behalten wir erstmal so. Jetzt ist das Schild erstmal weg. Auch nochmal scheinbar. Können wir das ausspielen? Hier stand ja ein Playable. Äh. Lassen wir erstmal. Ich will noch so viel sagen, aber kann ich gerade nicht, weil ich bin hier irgendwie voll dabei und auch voll dabei zu verlieren. Aber nun gut, ja, wir werden definitiv verlieren, da bin ich mir relativ sicher. Okay, wir haben tatsächlich nur eins, das heißt, er greift etwas weniger stark an, aber, äh, jetzt ist glaube ich auch erstmal, ne, ist noch nicht Schluss. Aber, okay, gut. Ähm. Ähm. Wenn wir play, skill deal one damage. Oh. Oh. Oh, das ist so gut. Den hatte ich noch nie. Und skills, äh, spiele ich tatsächlich, ähm, relativ oft. Also, ich, ich finde skills eigentlich ziemlich gut. Oh, wir haben sogar noch ein Level. Da kommen jetzt irgendwas mit Heilung. Ja, Heilung, gut. Ohne Heilung ist man hier praktisch schon verloren. So, der würde uns jetzt weppen. Das ist so ein, so ein Zauber praktisch. Ich weiß nicht, wo wir die vier Block her haben, aber nochmal mal gut. Ähm. Also, jetzt erstmal Erklärung. Wir müssen uns bis, ähm, zum Ende dieses Dungeons praktisch, äh, praktisch, ähm, durchkämpfen. Und, oh, oh. Und müssen dabei verschiedenste Viecher bekämpfen. Und werden dabei immer stärker, oh, verdammt, jetzt haben wir so ein Unplayable. Nein, aber gut, wir können alles ablocken. Oh, er ist draufgegangen. Und, ähm, während wir uns hier durchkämpfen, ernsthaft, das ist doch jetzt nicht euer, ähm, nehmen wir hier verschiedene Skills. Wie immer, wenn wir ein, ähm, Gegner besiegen, bekommen wir so ein Skillpunkt. Und hier lernt man neue Fähigkeiten. Das Blöde ist, das hier ist richtig cool. Das hier ist auch richtig cool. Und das hier ist genauso cool. Das heißt, jetzt ist die Frage, welches wollen wir? Okay, ich glaube, ich glaube, das, auch wenn es eine echt schwere Entscheidung ist. Und das wird jetzt ekelhaft. Hä, womit habe ich... Hä, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Weil, also, also, ich habe absolut keine Ahnung. Da komm, hau drauf. Ähm, nein, ach so, oh, verdammt, ich habe das vergessen, dass das... Jetzt kommt erst der Totem of Power. Ich dachte, der kommt danach erst. Oh, jetzt wird es ekelhaft. Jetzt wird es arg ekelhaft. Schlitz und Schlitz und... Oh, er ist tot. Aber wir nehmen ein bisschen Schaden. Also, das hier sind die Gegner. Sollte irgendwie selbstverständlich, selbstverstehend sein. Und wir müssen die Gegner bekämpfen. Wir konnten die Gegner jetzt nicht angreifen. So lange, bis wir diesen Totem of... Ähm, wie auch immer er hieß. Ich glaube, die heißen alle Totem of Power. Ähm, bis wir den nicht bekämpft haben. Warum hat er drei Stärke? Wegen dem? Oh, 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 oh. Das ist unangenehm. Äh, Schlitz. So. Wie viele Abilities sind hier eigentlich schon... Das geht nur ein? Oh, oder was? Wurde der wegen dem Skill weggemacht? Ich weiß es, ehrlich gesagt, gerade gar nicht. Gut, und hier sieht man nochmal den Levitate-Effekt. Dann nehmen wir das noch. Und das. Da wird das Ganze ein bisschen billiger. Und das ist gut für uns. Weil. Okay. Ach, jedes Mal. Ach, ich habe die immer so schlecht gehalten. Aber so beschissen ist hier scheinbar gar nicht. Er kommt raus. Und wir werden die zwei jetzt besiegen. Wenn wir den einen da besiegen, dann heißt es noch lange nicht, dass wir den anderen besiegt haben. So, gut. Der ist erstmal aus dem Weg. Und, wow. Also ihr seht, die Elite-Pfade, die geben ein bisschen was. Die Liquid-Form habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Die hätte ich mir gerne angeguckt. Okay. Ah, schon wieder der Gut. Das ist nämlich der schwächste Gegner aus den Swamps. Potential and Draw. Ah, ja. Genau. War ja was. Machen wir einmal Levitate und einmal. Ach, nee. Ja, ja. Jetzt erst. Ach, nee. Wir können ihn eh nicht verletzen. Gut. Machen wir hier. Regenerate. Damit wir schon mal ein bisschen. Ähm. Ja, genau. Damit wir ein bisschen gegen heilen. Weil sonst werden wir gleich auseinandergenommen. Das Zoom geht nicht mehr. Ach, nein. Ach, bin ich denn dumm? Boah, ich habe jetzt alles an Attacken rausgehauen gegen diesen einen Gegner. Weil ich so in Gedanken war. Oh. Und die erste Aufnahmezeit ist vorbei. Also ich würde sagen, bis gleich. Ähm.